hallo ist der martin von meinem bank ist das für freitag den 14.06.2024 ist eine geile sau unterdags das muss man mal so sagen es einfach ein geiles rindvieh da schimpfen sie alle müsst ihr euch mal mit internationalen trader unterhalten ja wenn man irgendwo verreißende trefft leute die traden wenn ihr den erzählt ihr handelt im dax die schütteln mit dem kopf die zeigen euch ein vogel das ding das kann doch keiner handeln der ist doch so illiquide der ist also forschbar den kann doch keiner lesen das ist doch alles katastrophe das ist halt nicht das ist man es ist halt unser kumpel unser dax ja es ist es ist halt einfach eine socke die der ist ein bisschen eigenhalt der hat seine besonderheiten aber der macht die halt auch immer wieder und immer wieder und man staunt dann doch immer wieder wie nah dran doch das eigenstieg wenn man eigentlich erzählt was er immer macht ja und dann denken die leute hey manager martin der kann die hell sehen oder hat das genau prognostiziert das ist manchmal sogar gefährlich weil die leute dann gar nicht verstehen richtig was eine technische analyse ist die denken dann wir versuchen wirklich die zukunft vorherzusagen und hier genau zu bestimmen ob das morgen steigt oder fällt und dann kommt da so eine selbstverständlichkeit rein das ist das ist gefährliches spiel weil das machen wir eigentlich nicht wir versuchen charttechnisch schon zu analysieren das heißt wir stellen szenarien auf aufwärts abwärts es geht nicht darum die zukunft vorherzusagen sondern einfach nur einzugrenzen bis wohin kann ein risiko sich auswirken wo wird es aktiviert und so weiter und so fort und dann eben mitzuschwimmen wenn er das macht und das hat jetzt hier mal wieder das wirklich sehr gut funktioniert und das ist auch der grund warum ich da überhaupt kein freund von bin mich ins seminar zu setzen und den leuten dazu erzählen was in den ganzen trading tage büchern drin steht das kann man sich alles durchlesen das kann man alleine machen aber das ist halt alles theoretische scheiße ja das da funktioniert gefühlt 85 prozent von dem was in so einem buch drin steht funktioniert einfach nicht und das das machen wir halt auch als da können sich diejenigen freuen die aufs seminar mitkommen weil ich sowas gucken wir uns eben auch an diese regelmäßigkeiten dass was ich halt immer sagen was der dax würde das jetzt so und so machen da liegen ja überall sogar relativ wenige regeln dahinter das ist deutlich weniger als man glaubt was man dafür zusammenfassen muss also das sind das sind keine 15 regeln die ich dafür den dax habe und damit gibt man den so wie wir das hier machen gegriffen und ziel soll ja auch sein dass die jungs und mädels dann von mir nackigen chart hier kriegen das wird alles gelöscht und die dürfen dann noch mal neu die analyse machen und das hat letztens im letzten seminar was krass das hat ja brutal genau auch gegriffen was die teilnehmer dann selber analysiert hatten und das ist mir halt immer wichtig das praktische mitzugeben ja da hat auch gestern oder vorgestern jemand per mail angefragt er wollte auch welche modelle von meinem system und so weiter und das ist halt alles was dass das nützt einem doch gar nicht das also ich habe das ich habe halt den miss auch studiert ja also ich kenne die ganzen theoret ich habe auch diese bücher gelesen aber es ging mir nicht anders wie allen die jetzt davor sitzen und auch die bücher gelesen haben davon bin ich profitabel das ist halt einfach so ne das ist halt viel bla 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 das hat irgendjemand mal aufgeschrieben andere haben es abgeschrieben der nächste hat es wieder abgeschrieben und am ende steht da so viel scheiße drin dass du am ende auch bloß nicht mehr weiß was da handeln sollst ne und deswegen bin ich eher der freund davon zu gucken was funktioniert was wiederholt sich und das kann mir wieder durch ich weiß dass man manche einer das stört sich daran manche ein gründer und gönnt uns das auch nicht gibt es im doofen kommentare wieder eine kollege der sich ja auch damit gerühmt hat dass immer das gegenteil von dem macht was was wir machen und damit sichere gewinne einfährt also das möchte ich dass das wird das wird ich mir gerne mal zeigen lassen wie das funktionieren soll dass ich glaube dass das kann ich mir nicht vorstellen aber genug eigenlob das stinkt halt auch immer ein bisschen mir ist das bloß wichtig dass das verständnis dafür geschaffen wird wird bei euch dass das was sie jetzt hier gesehen haben eigentlich ein ganz regulärer auflauf ist auch wenn der eine oder andere mit dem kopf schüttelt und den markt nicht versteht oder wie auch immer das ist der markt das das ist auch der dax wer jetzt hier irgendwie bockig ist auf denen oder sowas also der sollte sich vielleicht überlegen ob er nicht künftig anders versucht an den rand zu gehen halt man muss ein bisschen wie soll ich sagen man muss versuchen die fresschen zu riechen halt und nichts anderes machte der springt von fressnapf zu fressnapf und leckt ein nach dem anderen aus und so wie die leute ihm das fressen hinwerfen so bedient er sich einfach und aus der perspektive wenn man das versucht ein bisschen zu sehen wie denken die leute wie positionieren die sich gerade anfänger einfach vorstellen wie wie hätte ich vor fünf jahren gehandelt und dann unterstellen okay das gegenteil wird passieren damit kann man schon mal ganz gut anfangen okay das dann im raster reinpressen und dann wird das schon zu draus so jetzt wird für mich jetzt jetzt geht es erstmal weiter wie machen wir weiter also wir sind jetzt erstmal bei 250 200 angekommen ihr kennt die station alle sollte jetzt niemanden überrascht haben das dürfte jeder auf dem zettel haben für mich ist jetzt hier interessant ich mache mit euch die anderen die sind mal live ich mache das auch nicht vorher ich gucke mir das mit euch immer erstmal an wie viel von dem kästchen haben wir schon da unten abgetragen wie viel platz wäre da noch könnten wir noch ein tieferes tief am freitag früh kriegen ja könnten wir platz hätten wir damit sogar unter die 19 unter die 18.200 noch mal drunter zu stoßen damit haben wir hier den relativ schön dicken bereich der sich eigentlich von 18 1 50 bis 18 50 rumdreht weil dann hier alles aufeinander kommt ja also hier auch noch ein bisschen drunter erinnert euch an die linie die wir hier das letzte mal gezogen haben von dem tief warum dieses tief weil hier das letzte hoch war das heißt hier hat das korridormuster angefangen das ist dann mit die unteren begrenzung vom korridormuster viele nehmen das steht auch in manchen lehrbüchern an die nehmen dann einfach dieses tief weil es so aussieht jetzt müsste man die linie jetzt hier so ziehen und ist aber oft nicht so klappt oft nicht weil der markt in bewegungs abschnitten denkt ja und das ist eine aufwärtsbewegung dass die abwärtsbewegung die hat hier angefangen das heißt ab hier kennzeichne ich die muster und beobachte das und das wird hier auch platz lassen unten bis 18 70 das heißt sollte unser markt schwach reinkommen am freitag hätte er durchaus das zeug noch ein bisschen runter zu kommen gerade wenn er mit abwärtsgepfleisch reinkommt unter dem tief reinkommt so was kann ja passieren unter 18 29 stunde ist ihm zu noch ein tief zu kriegen und dann können das sich stabilisieren und das ding abschließen und dann könnten wir das korridormuster auch abschließen es wäre vom vom umfang her vollkommen bedient also auch von den auflagepunkten oben von den auflagepunkten unten dann hätten wir oben drei wenn man da mal den kontakt hier ein bisschen physisch hoch denken unten drei als dann wäre es vollständig es wäre es ist auch so sogar vollständig aber dann wäre es ja nahezu fast schon naja perfekt will ich eigentlich auch nicht sagen aber es würde hier noch ein tieferes tief reinpassen wundert euch also nicht wenn er den freitag schwach reinkommt aber ich möchte von ihm dass der sich bis zum mittag dann auch gefangen bekommt und wenn ihm das gelingt dann hätte er sogar das zeug sich aufzurichten irgendwelche scheiße zum amt hinzumachen dass die leute eigentlich gar nicht mehr verfolgen das kann irgendwelches seitwärts geeier sein das kann irgendwelches vorgetäuscht von falschen tatsachen sein und dann kann er zum montag sich raus aktivieren und springen uns die ganze show wieder zurück im ersten instanz sondern rein in die 424 ja und dann zuckerl der hier irgendwie müssen zur seite das kann auch mal einen tag dauern und dann schiebt er sich oben weiter raus und geht hier wieder an die oberkante ran das wäre so eigentlich jetzt fast zu favorisieren aus der konstellation die wir gesehen haben weil das bewegungsverhalten ja immer noch sehr korrektiv ist verstanden also neues tief wird ihm dafür stehen das ist aber das auch ausreichend das heißt kriegen wir kein weiteres tief und der markt aktiviert sich jetzt nach oben über 18 300 wäre das für mich ein grund in untergeordneten zeiteinheiten nach neuen chancen zu suchen ja rein in die wie gesagt nächste station haben wir die 400 424 dann geht es weiter in die 500 530 rein und dann geht es hier sogar noch einen tacken höher wieder in die ganzen alten dinger zurück 670 und so weiter aber die 400 424 das wäre erstes teil projekt und das kann von freitag sogar schon reichen man sollte jetzt nicht erwarten dass der freitag jetzt auch den donnerstag aus konnte das wäre eigentlich weiß ich wäre eher nicht typischer müsste jetzt irgendwie versucht die leute noch ein bisschen zu verunsichern und sich dann so zu stellen dass die meisten eigentlich gar nicht lange drin sind oder abbrechen weil es zu lange dauert zu unsicher ist zu schwach wirkt ja irgendwie so wer jetzt für den dax typisch zu reagieren um ja jetzt einfach zu sorgen dass sich alle mit dabei sind oder baller teilt die wirklich jetzt ein richtig krasses aufwärtig ab rein und hämmert hier irgendwie bei 18 400 und lässt das offen das würde auch funktionieren glaube ich aber nicht dass das bringt ja das heißt perspektivisch rücklauf in die 424 einplan ein neues tiefwerk legitim sehen wir also schwach ein starten brauche ich über den vormittag ein tief dann traue ich ihm eine drehung zum freitag zu können dass sich reaktivieren platz hätte jetzt hier unten noch also man kann sagen wir sind ja jetzt in dieser großen support zone die wir immer erwähnt haben 250 200 ist so drin hat auch die erste das erste was er gemacht hat ist eine grüne stundkerz reinzustellen das ist auch schon mal gut da ist eine gute basis um sich hier weg zu erholen aber er könnte noch mal einen kleinen schlag zum freitag es wäre nicht schlimm es würde für den dax nicht schlimm sein wenn er noch mal tief hinkriegt er könnte trotzdem noch eine drehung schaffen das muss man einfach mit auf dem radar weil das üblicherweise passiert dann am freitag ja das ist noch mal so schwach ein startet und sich dann wieder reaktiviert habt auch schon ganz oft von mir von freitagen gehört ja also das wäre so das szenario worst case was er machen kann es ist eigentlich auch nicht er kann auch den freitag mit einem tiefen tagesschluss stehen lassen und dann montag aus aktivieren solange der jetzt hier steht müssten wir den erst mal noch ein bisschen müssen wir erst mal das ende des korrektur abschlusses machen short aggressiv wieder rein würde ich tatsächlich erst wieder unter 18.000 versuchen aufzubauen wenn rückläufe kommen ja das fällt ist jetzt für mich hier also jetzt nicht 300 aber das fällt ist für mich jetzt tatsächlich hier eine mögliche essentielle wende zone da würde ich erst mal ein bisschen auf sicht sein und ich muss auch nicht der erste sein der da long drin ist ja also auch wenn man das jetzt vielleicht beim tagesschart noch mal ein bisschen wir nehmen es noch mal einen tagesschart kurz rein da haben wir uns ja immer unterhalten über die konstellation und die konstellation haben immer gesagt irgendwann wird hier unten einmal so reinstechen und dann kriegt sich reaktiviert ihr habt das übrigens auch gesehen ja hier hat es sich auch unten in tief gestellt aufwärts gebt und dann schubkraft nach oben und weiter so was funktioniert hat immer gut also das sind so das sind so kleinigkeiten auf die sollte man jetzt achten auf die sollte man jetzt gucken und dann kriegt man den ja ganz gut jetzt gegriffen wenn er denn nach oben umdrehen will wenn er nicht nach unten umdrehen will würde das jetzt so aussehen dass wir jetzt hier tiefer rausgehen und uns dann auch unter 18.000 fühlen und dann knabbert hier unten die ganzen anderen tiefs an dann reden wir hier wieder über ein gap close irgendwo bei der 17.720 rum und dann geht das auch weiter dann können wir hier auf einen gap 10 bei 17.100 das heißt wir haben noch genug platz wenn er wirklich nach unten abhaut auch auf der short seite uns zu bedienen ja das heißt ich muss jetzt hier nichts anbrennen lassen auch auf der long seite nicht denn das wollte ich euch eigentlich erzeigen wenn wir jetzt wirklich hier einen korrekturmuster haben wie wir es hier unten gesehen haben und hier und dann merkt sich jetzt eine bewegung nach oben raus ist sind da genug punkte platz dann muss man nicht der erste sein der da drinnen rum fuchtelt und 10.000 mal ausgeschopft wird bevor dann das ding richtig anläuft die kann man ruhig erstmal auch so eine formation ausbilden lassen und dann versuchen in der folge aufzusteigen das wäre vollkommen legitim und auch erlaubt wir haben nächste woche verfallen ja wir dürfen einen extrempunkt am freitag nächste woche freitag erwarten ob es ein tief oder hochpunkt wird das wird sich wahrscheinlich am montag dann schon zeigen auch dafür gibt es ja schöne regelmäßigkeiten die wir auch im seminar mit behandeln ja wie man so montag die woche eigentlich schon ein bisschen ankündigt aber trotzdem macht euch bitte bewusst das ist hier keine gehälse jahre es ist kein glaskugel machen man muss jeden tag damit rechnen dass der markt was völlig anderes macht wie das was wir beschreiben wie das was wir erwarten auch wenn das jetzt drei tage gut geklappt hat oder vier oder fünf muss ich trotzdem per se davon ausgehen morgen könnte es nicht klappen und das heißt ich muss das was ich probiere wenn man mit einem stop loss absichern das ist essentiell das ist ganz 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 wichtig sonst geht es euch so dass ihr jetzt hier drei vier tage vielleicht gute gewinne gehabt habt ja und dann kommt dieser eine tag mit dem ihr nicht gerechnet habt und ihr habt keine absicherung denn ihr habt kein stop loss drinnen der markt überrascht euch überrumpelt euch der drückt euch richtig fettes minus rein dann probiert ihr um jeden preis dieses minus wieder auszugleichen es wird nur schlimmer und schlimmer und schlimmer ende vom lied ist ihr habt in 123 tagen die dann einfach mal gegen die erwartung gelaufen sind wird sich die ganzen gewinne der letzten wochen weg gehauen ich nehme gleich perfekt man kann das heilen aber ich kann es ja gleich proaktiv ein bisschen bekämpfen indem ich euch einfach darauf vorbereitet hier ein bisschen vernünftig zu bleiben ja und auch wenn er gut läuft gehört trotzdem stop loss mit rein man muss nicht übermütig werden ja und wie gesagt mein szenario ist das was ich euch vorgestellt habe ich würde für ein negatives szenario wirklich unten erstmal ein bisschen austoben lassen wenn er denn überhaupt nach austoben muss er ist ja in einem bereich wo das vollkommen ausreicht ja wir haben immer wieder davon gesprochen dass das korrekturausdehnung hier bis 250 200 noch vollkommen okay wäre wegen diesen hochs hier da haben wir immer wieder drüber gesprochen ja und das dann eben noch so eine bewegung kommen könnte wie sie von hier nach oben gestartet ist und könnte ich mir jetzt eben an der stelle auch ganz gut vorstellen ja alles was wir dafür von ihnen brauchen ist jetzt eine stabilisierung aufdrehen darf auch erst am montag anfangen zu drücken das wäre vollkommen okay muss jetzt noch nicht am freitag hier schon übel die klinge machen aber ich habe ihm auch keine longs jetzt hier ins kreuz wenn der hier schwach noch einschaltet er darf dann noch weitere tipps machen also wie gesagt hier unten 150 bis ich sag mal 1850 im weitesten das ist noch die nächste interessante zone die hier sich auch noch anbieten kann da kommt auch noch einiges aufeinander dann ja und deswegen dann lieber den da erst mal machen lassen stabilisieren lassen und dann gucken und dann nimmt man halt ein bisschen größeren stopp und lässt den position mal ein bisschen weiterlaufen viele fürchten sich dafür da mal 100 punkte stop loss zu nehmen aber ich meine wenn du den 300 400 punkte geritten kriegst dann ist das doch scheißegal halt dann bestimmt auch trotzdem die proportionen position ist ein bisschen kleiner machen ja man geht nur 100 punkte stop loss geht man nicht ein wie einen 20 punkte stop loss nicht mit der gleichen position und dann wird eine musik draus und dann lässt man den halt nicht plus 400 laufen sondern vielleicht auch noch mal also was ich sagen will ist man muss nicht immer der erste sein das ist mir hier einfach wichtig ja und man sollte nicht alles immer zu ernst nehmen was in büchern steht und so weiter aber das kommt man es auch beim seminaren für als die die dabei sind die die dabei schon waren die kennt ja eh schon ja ich sage euch ja auch aktiv was ich wirklich konkret anders mache wie es gelehrt wird ja oder bis die offizielle lehrt es geht halt darum praktisch ein bisschen zu verstehen was wir machen zwei plätze haben wir noch habe ich gestern vergete zu sagen gerne auch die damen haben noch ein bisschen geringe frauenquote im vergleich zu sonst und ich mache zu schöner tag gewesen vielleicht kann ich mir auch einen freitag schöner tag der tag davor auch schön muss man vielleicht im freitag auch gar nicht unbedingt was vorhauen ich mache aus wünsche euch spaß gutes gelingen hören uns morgen wieder bis dahin ne sonntag bis bis sonntag bis sonntag für den montag dann tschüss